Man muss die Grenzen schon ausloten. Ich habe einen guten Freund, den Hermann Skippe, Musikproduzent aus Augsburg. Und der hat seit zwei Jahren wieder seine Skippe-Band, ein wirklich klassisches Rock-Trio-Gitarre-Bass-Schlagzeug, ins Leben gerufen. Und ich dachte mir, wäre doch eigentlich ganz spannend, den mal mit der Big Band zusammenzubringen. Das ist eine ganz andere Art der Energie. Ein ganz ehrlicher, hart arbeitender Macher. Er hat sehr gute Ideen, er kann sehr viel, aber das ist bei vielen anderen auch der Fall. Aber er setzt es um, also er macht es. Untertitelung des ZDF für funk, 2017